Drehen, drehen, drehen. Guck, so funktioniert das. Da bleibt der Eisenbahn drauf stehen und das Ding dreht sich. Siehst du das? Toll, ha? Ja, hier. Eine Schelle von Eisenbahn. Darf ich sagen. Lippen. Das Öl drauf. Der hat 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 das Öl drauf. Soll, ha? Ist das so? Wir müssen mal sehen, ich weiß noch nicht, wo die die hinwenden wollen. Wahrscheinlich müssen wir die jetzt nicht drehen. Sie hält da an. Der Typ hat die Öl drauf. Das ist die Faden zu drehen. Dazu gibt es einen Urlaub. Jetzt kommt der쪽. Jetzt kommt der Urlaub. Ja, der ist hier. Und jetzt kommt der Urlaub? Er ist hier. Dann ist die Klauze. Er ist hier. Entschuldigung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020